Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu Cry of Fear. Ganz zu Anfang möchte ich einmal anmerken, wenn man Cry of Fear lädt, dann scheint es kurz irgendwie zu hängen und macht die ganze Zeit so ein Ptsch, Ptsch, Ptsch. Das ist schon recht gruselig und das verschafft einem schon mal so ein bisschen die Vorangst, vor der eigentlichen Angst. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, dass das irgendwie so ab und zu so ein bisschen Ptsch, Ptsch macht während der Ladezeit, aber ich finde es echt gruselig. Aber jetzt müssen wir hier schauen, dass wir Monster töten. Ach du Scheiße. Alter, der mich erschreckt. Alter Schwede. Du bist dort? Gut. Ist dort. Und ich halte. Und jetzt? Hallo. Hallo Spencer. Ja, da ist nix drinne. Die Dorte von Botch. Also ich speichere nochmal lieber. Äh, wo speichere ich denn mal hier? So, speichere ich da mal rein. Das Spiel fängt jetzt schon mal sehr gut an. Meine Frage an euch ist... Was haltet ihr... Was... Äh, nein, hau ab. DJ Blend. Was haltet ihr von Horrorspielen? Würdet ihr das selber auch so spielen, wie ich das jetzt hier mache? Ähm... Und wie würdet ihr es spielen? Würdet ihr es am Tage spielen oder in der Nacht? Schreibt's mal in die Kommentare. Höh... 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 Aber wenn man Langeweile hatte, konnte man sich das gut reinziehen. Oh. Was ist das hier für ein Sättel? Meine geheime Notiz 4. Warte mal, warte. Äh, muss ich jetzt noch... Achso. Das letzte war echt gut. Ein Genuss umzubringende. Leichen mit meinem Messer zu schneiden wie Essen. Ah, ja. Kannibalismus. Der Dormund... Was? In hier. Komm hier rein. Und bring die geilen Frames mit. So, meine Damen und Herren, jetzt schauen wir uns erst mal an. Ihr habt das gerade gehört, dieses kurze Bitsch, Bitsch, Bitsch. Das macht mir irgendwie voll schieß, ey. Schieß. Ich kann gar nicht mehr richtig reden. Hallo? Oh, nein. Hat er das selbst gemacht? Hm? Es gibt eine Schlüssel in der Tübe. Ah, Pribiad. Das war doch so ein Klischee, dass hier wieder ein Schlüssel drin liegt. Das ist in sehr vielen Neurorspielen so, dass dann einfach mal irgendwas liegt. I can't see from here. He's dead. Ja, er hat sich das selbst angetan wahrscheinlich. Hallo? Ja, scheiße. Vielleicht kann ich hier runterklettern. Vielleicht. Ich muss gucken, ob das geht. Oh, scheiße. Blö... Nein! Nein! Warte! Warte! Ich habe sie umgebracht. Sie musste sterben. Sie war eine Tochter von Satanisten. Ach so, ja, ja. Ich vergesse mal, dass ich nur einmal draufdrücken muss. Sonst schließe ich das ja sofort wieder. Oh, Tomat. Saving progress. Schade, ich dachte, das wäre eine Spritze hier. Hä? Ach so, ich dachte, die... Ach so. Ja, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Oh, das ist doch nett. Hallo? Da ist niemand. You got the rope. Also, wir haben jetzt das Seil und müssen uns hier abseilen. Use. You have placed the rope. The rope. So, meine Damen und Herren. Jetzt sind wir hier im... Was weiß ich? Dritten... Erdgestock... Schoss... Stock... Most. Und werden jetzt erstmal ein bisschen hier rumballern. Denn... Das ist ja eigentlich ein Horrorspiel, aber wir schießen einfach mal ein bisschen. Ich zeige euch erstmal hier abdrücken für Anfänger. Yay, Blit! Schweig! Das hat sie nicht kommen sehen. Ah, scheiße. Die Frau hat schon wieder die Küche dreckig gemacht. Wisst ihr, das stört mich ein bisschen an den Frauen. Nein, Spaß. Also nichts gegen Frauen. Die sollen ihr Ding machen. Ist natürlich so ein Klischee, dass sie die ganze Zeit in der Küche arbeiten sollen. Aber ist auch, muss man so teilweise sagen, ein lustiges Klischee. Stirb, du Biatsch! Zurück in die Küche mit dir. So, oh. Ey, gib mir das. What the fuck? Da ist eine Stange im Weg. Wie komme ich da bloß? Lang! Mit meinen geilen Schauspieler-Skills. Spieler! Was ist denn heute los, Alter? Ich habe heute voll den Sprachfehler wieder. Oh, die Lampe geht nicht mehr. Schade. Da ist doch auch wieder so ein Drecksplag, wetten. No! Wo muss ich jetzt hin? Bestimmt in den Keller, ne? Oder? Sag mal, wer hat denn da Dingschen gemacht? Diese komischen Stäbe? Yeah. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, was ihr speziell von Cry of the Fear haltet. Ob ihr da spielen würdet oder ob ihr sagt, nee, das ist mir ein bisschen zu heftig. Allein schon, weil das Leute wie 1000 Kitab und so spielen, die ja eigentlich nicht so viel Schiss haben bei Horrorspielen. Nee, da muss ich nicht rein. Das ist doch irgendwie voll der Kinderschänderung. Muss ich da rein, oder was? Ja, ähm, ihr seht gerade ein bisschen, äh, ich bin ein bisschen verplant. The daughter won't botche. War da nicht auch mal irgendwie was? Nee. Warum ist die Musik weg? Oh, das ist ja nie was Gutes. Hier ist doch noch was, wetten. Hey, Biert! Haio! Oh, warte mal, hier war ich schon drinne. Äh! Oh, scheiße. Scheiße, ist das wie krass. Hallo? Ist das der Müllmann gewesen? Alter, wie ich gerade auf meine Tastatur gehauen hab, alter. Scheiße. Oh, Mann! Schaut's! Oh! Yay, Blit! Stirb! Oh, 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 oh! Ah, lad nach, lad nach, lad nach! Komm, schneller, schneller! Ja, Blit! Use, warte mal, warum kann ich das denn nicht direkt usen? Ähm. Legen wir das mal auf die... Ach, jetzt hab ich das auf die Eins und die Dings gelegt. Ah, wie dumm. Oh, yeah, die Spritze ist Gott. Gut. Gut, also nicht Gott, Gott, sondern gut, gut. Gott. Leg das mal, ähm... Warte mal. Das legen wir mal auf die... Zwei. Und kombinieren. Beziehungsweise, weißt du was? Wir kombinieren mal nicht. Oder, nee, doch. Es ist mir doch lieber, wenn wir... ...Duel Wild machen. Hallo? Alter, ist das ein Scheiß. Lebt denn der Alteralsmichel noch? Ach, nee, das darf ich ja gar nicht singen, sonst kommt ja wieder die GEMA an. Ich glaube, das Lied ist ja GEMA geschützt. Und dann wird mein Video so voll in Deutschland gesperrt und das ist natürlich nicht voll geil, weiß. Ja, meine Damen und Herren, und vielleicht habt ihr es ja auch schon mitgekriegt. Mein neuer Upload-Plan. Ich hab's genau gesehen, du Bitch. Haidouken! Ey, die sind genauso blöd wie die in... ...wie die Blagen im Dead Space, ne? Die schreien genauso rum, ey. Das ist so ein Mist. Das tut so auf den Ohren weh. Ähm, ich hab jetzt einen neuen Upload-Plan reingemacht. Schreib mal! Ey, bliert! Oh, oh. Ähm. Oh. Ich seh nix. Stirb! Schreib mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr von dem neuen Upload-Plan haltet. Also, Upload ist jetzt immer Samstag und Sonntag. Also, ähm... Samstag... Warte mal, was kam Samstag? Ich glaube, Bioshock. Ich weiß jetzt gerade selber nicht so genau. Ich vergesse solche Sachen immer sehr schnell. Auf jeden Fall kommt Samstag und Sonntag jeweils eine Folge Cry of Fear und, äh... Bioshock. Müsst ihr mal, ähm... Beim Kanal-Banner da draufklicken und dann... Seht ihr das schon? So, meine Damen und Herren. Jetzt müssen wir erstmal wieder kombinieren. Beziehungsweise Dual-Wilden. Ich sag immer kombinieren, aber das ist ja ganz anderes. WTF? Silent Hill Dawn Pur oder was, Alde? Oh, wo ist die Hand? Hallöchen. Ja, ich bin der neue Hausmeister, Mr. Mario. Ist da einer? Oh, das ist... Moment. Ne, ist nix. Weißt du, wenn man hier so durchgeht, dann muss man vielleicht mal so machen. So. Dann sieht man die ganz schnell und kann die ganz schnell abballern, weißt? Warte mal, so, warte. So. Ne, ist aber nix. Hallo. Ich bin der neue Hausmeister, ähm... Man nennt mich auch TenCashy. Und ich wollte mal fragen, ob sie mir hier einen Job geben können. Also, als Hausmeister, weil das kann ich sehr gut. Meine Spezialitäten sind... Schusswaffen. Oh, du Bitch. Alter, leck mich am Arsch. Scheiße, das waren vielleicht ein paar Kugeln zu viel, Alter. Ich muss... Ich muss mich unter Kontrolle halten. Ich muss... Lernen. Lernen zu schießen. Vielleicht sollte ich doch auch immer so abwechselnd, aber... Dann ist es so scheißen dunkel, weißt? Mobile phone cannot dual wired with a steering. Why not? Ah... Ey, es sind überall Gitterstäbe. What the fuck? Guck, das meine ich so... Voll dunkel. Ich muss mir mal gerade mein Ohr kratzen. Ich musste mein Ohr kratzen und dann habe ich erst mal wieder Dual Wild gemacht. Das ist zwar von der Präzision her voll schlecht, aber... Naja. Schnell lesen. Oh, das kenne ich schon. Also wenn ich jetzt jedes Mal 30 Minuten aufnehme, jeweils für Sonntag und Samstag... Dann werde ich hier bekloppt. The cry of fear. Ich glaube, jetzt müssen wir... Oh! Oh, shit! Freddy Krüger, Alter. Ach nee, das ist... Michael Myers. Michael Myers. Kam nun auch endlich in das Spiel rein. Wieso kommt da Wasser rein? Das verstehe ich nicht. Warte mal. Ach du Scheiße. Guck mal, wie dunkel das ist. Ja, also da ich ja Hausmeister bin... Und mich mit... Ja, so Wassereinbrüchen auch ein bisschen auskenne... Hab ich... Mh, Scheiße! Oh. Yay, Bleerde! Moin, Sens. Moin. Boah, diese Bitches, Alter. Die gehen mir auf den Sack. Hallo? Der Aufzug wird... Nicht... Funktionieren. Welch ein Wunder. Oh, warte mal. Ah, so. Jetzt kommen wir wahrscheinlich auch in den Keller. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Aber das ist mir gruselig. Oh, Tormband. Yes! So, wo speichere ich denn mal? Hier. Und hier auch nochmal. Komm. Schön, saving progress auf dem feinen Mann hier. It's locked from other side. Leck mich doch. Das muss aufgehen, ja? You unlocked the door. Also diese... Dieses kleine Level mache ich jetzt noch. Und dann... Mache ich auch eine Aufnahmepause. Das sollte dann genug für Samstag oder alles anders sein. Ich weiß es jetzt selber nicht genau, weil ich mir das nicht merke. Okay. Oh, das ist schon wieder so ein Kinderschänder-Sack. Hallo? Oh, hey! Ah, der Morgen der... Oh, oh. Warte, was? Was? Maus 1? Maus 1? Ja, mach ich doch! Oh, du Bitch! Alter, ich hab doch Maus 1 gedrückt, Junge. Da geh ich mit der AK rein. Mach ich euch kalt, ey. Scheiß Biatsch. Entschuldigung für die Wortwahl, ey. Also manchmal... Manchmal hab ich's einfach. Ich geh jetzt so rein, Alter. Krass. Ich mach die krass kalt, ne? Mit meiner krasse AK, Alter. Das ist zwar eine Glock oder... Nein, Millimeter. Ich geh mit meiner Laterne. Oh, mein Gott. Ist da eine? Da ist irgendwas. Yeah, Bitch. Satan schickte seine Frau, um mich zu verführen. Hallo, schieß doch! Schieß! Junge, du Blärtkind, ey. Boah, Alter. Hier sind echte Gefühle mit im Spiel. Ah, jetzt weiß ich, wer das ist. Hildegard! Hm. Hildegard? Oh. Oh, nee. Wo bin ich hier? Ist da ein Tonband? Ich will ein Tonband. Ich sah eine komische Stelle. Und da war kein Tonband. Ich, ich sah aber eine Spritze. Welch ein Glück. You got the videotape. Such nach einem Videogerät. Ja, du stellst ja auch Fragen, mein Freund. Ja, ist klar. Scheiß Satansbraten. Oh, da hinten ist ein... Das gefällt mir nicht. Oh, Junge, Junge. Das ist ja gut. Und jetzt? Ach, jetzt bin ich hier wieder. Ach, da ist auch ein Tonband. Zurück. Da ist ein Tonband. Ich will ein Tonband. Ja, meine Damen und Herren. Also, ich speichere hier gerade. Das ist nämlich... Da wird die Datei einfach gespeichert. Nun ja. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schreibt es mal in die Kommentare so, wie euch das so gefällt. Und nun ja. Das war es dann von mir. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.